Erst gezeigt, welche Macht die Armut ist. Mit eurem Geld und meiner Erfahrung ist ein Geschäft zu machen, das größte Geschäft, das man sich überhaupt denken kann. Aber wenn die wirklich so mächtig sind, wozu brauchen die dann uns? Weil sie nicht wissen, dass wir sie brauchen. Vielen Dank. Nur er im trüben Fische hat der Hinz den Kunst bedroht. Doch am Ende vereint am Tische, essen sie das Armen Brot. Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Und dann wird das Schöhnstelle ausrecht. Und dann wird es so, dass uns die Vwhe flatterungen. Und dann wird es so, dass du mein Geld machst. König sein sie dem Sinn.